Okay, das nächste Lied, das ist jetzt ein Lied von uns, das ist jetzt quasi, da geht es um Kühe und ums Finanzamt. Und dann haben wir nicht mal Geld zum Essen. Man sieht's. Die Kuhn ist ein Wiederkäuer, sie zahlt trotzdem nur einmal Mehrwertsteuer. Warum ist das dem Finanzamt egal? Die Kuh, die hat da brauchbare Haut, die Kuh, die gibt da da immer da Milch und das ist gut, bevor die Brote aufsprich. Die Kuh, die ist all lilla, weil wirla, doch in meinem Bulasch, da ist sie braun. Ich frage dich, was ist das normal? Die Kuh, die hat da brauchbare Haut, die Kuh, die gibt da immer da Milch und das ist gut, bevor die Brote aufsprich. Ja-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Sabier nicht aha-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Und das ist an Hande und als an Hunde Die Kuh, die gibt da da immer da Milch und das ist gut, bevor die Brote aufstricht.